Das Royal Victoria Hotel liegt in Pisa in Toskana und Elba. Die meisten Gäste des Royal Victoria Hotel würden das Hotel weiterempfehlen. Die Weiterempfehlungsrate liegt bei 67%. Insgesamt haben 8 Gästen das Hotel bewertet und vergeben insgesamt 3,9 von 6 Sonnen, welches eine mittelmäßige Zufriedenheit widerspiegelt. Die Bewertungen sind allerdings nicht aussagekräftig, da nur 8 Bewertungen vorliegen. Nun die Bewertungen im Detail, Lage und Umgebung. Die Gäste sind mit der guten Lage sehr zufrieden und vergeben 4,8 von 6 Sonnen. Service 4,7 von 6 Sonnen erhält das Hotel für den Service. Dieses spiegelt den guten Service des Hotels wider. Gastronomie Viele Gäste sind der Meinung, dass dieses Hotel eine gute Küche hat und vergeben hierfür 4,5 von 6 Sonnen. Hotel allgemein In der Kategorie Hotel allgemein bekommt das Hotel eine mittelmäßige Bewertung. Einige Gäste haben keine Probleme mit dem Zustand und der Sauberkeit des Hotels. Es erhält 3,3 von 6 Sonnen. Zimmer Die von den Gästen vergebenen 3 von 6 Sonnen für die Ausstattung der Zimmer bieten viel Raum für Verbesserungen. Sprechen Sie am besten mit Ihrem Reiseveranstalter oder rufen Sie direkt beim Hotel an, um nähere Informationen über das Hotel zu bekommen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.